Wo? Ja. Oh! Oh! Is that... Did somebody kiss you there? No, it's a scar. It's a scar. Oh oh. I thought it's a Knutfleck you say in German. What's a Knutfleck? This thing you... I don't know what's it called. Oh yeah. So it's not? Are you sure? No. Okay. Also der Harry wurde nach Harry Potter benannt. Er ist ein großer Harry Potter Fan und er hat auch hier eine Narbe. Ich dachte es ist ein Knutfleck, aber ich glaube ihm jetzt mal. Und er steht total...